Musik Hallo und herzlich willkommen zum neuen Sprachkurs Klingonisch. Mein Name ist Lieven Littar, ich bin euer Klingonischlehrer. Diese Woche werden wir mal gar nicht mal so viel über Grammatik, Vokabeln oder sonst was reden, denn ich wollte euch einfach mal ein paar Eindrücke zeigen, wie man Klingonisch wirklich verwenden kann, und zwar auf dem Sprachkurs in Saarbrücken, der jedes Jahr im November stattfindet. Deswegen viel Spaß einfach nur bei den Eindrücken des Klingonischkurses. Und zwar zu mir, wie man Klingonischkurs in Saarbrücken ist der Eindrücke. außerhalb des Königs das strainer das unter in der das wir bleiben Papa war's. Jax Jax! Kapla! Wohnach my nech, dasnach, ma room Kapla. Tag, ma tluutl. Ngug da, tluutl, da nech. Che c, Appetitit van nech. Wohnach. Crag Wohnach. Crag Romash, chicktje. Es klingt voll wie heute, wie heute Tag. Es klingt voll wie heute Tag. Es klingt voll wie heute Tag. Tag, 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 Tag. Tag, 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 Tag. Ja, da sieht man das, da wird doch schon ziemlich viel gearbeitet und gelernt und geübt, aber Klingonisch macht Spaß, Klingonisch lernen macht Spaß! Deswegen sage ich euch, wenn ihr noch mehr Klingonisch lernen wollt, kommt doch nächstes Jahr zum Klingonisch-Kurs nach Saarbrücken! Das war euer Klingonisch-Lehrer für euch! Kapla!